Ich erzut damals in Elimitza und es sei mir Jesus. Maria und Karl. Gegnusl zeichst du Maria, Frau der Gnade, der ist mit dir, du bist gemeinsam. Gegnusl zeichst du Maria und Karl der Gnade, der ist mit dir, du bist gemeinsam. Was ist schon so durchschnittlich? Es ist schon so durchschnittlich. Okay, du sitzt zwei Stunden. Ja, ich bin gerade. Der Herr ist mit dir. Du bist geändert. Der Herr ist die Kette der Einzelne, Jesus. D0 und 5 Tempel, Hauptlauf. Ich bin gerade. Es ist so durchführend. Es ist schon so durchschnittlich. Es ist schon so durchschnittlich. Es ist schon so durchschnittlich. Ettlich. HAH.